Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Show um Total War mit dem Yannick. Yo, hi Leute. Wir sind letztes Mal da stehen geblieben, wo ich versucht habe, diese Insel einzunehmen. Und, äh, ja, Yannick, du bestätigst. Leglich gefailt hast. Leglich gefailt hab. Nee, ich hab ja mit diesem, mit diesem 2. Ich bin dran, echt jetzt? Oh. Okay, dann muss ich mir eine Runde beenden. Ich hab ja mit meinen, ähm, 2, was war das eine? Pfeffer hab ich dann eine Reveillon gemacht, die hab ich bestochen und dann hab ich jetzt da 2 Armeen. Kann von Vorteil sein. Ah. Und du wolltest irgendwie noch was mit Feuerpfeilen oder so fertig machen? Ich bin mir da grad nicht sicher. Ja, genau. Beherrschung der Künste, ähm, die erforsche ich nächste Runde. Ich kann mal gucken, mit wem sind die Schieber nochmal verbündet, äh. Also mit der halben Welt. Das wär mir blöd. Gar nicht schlimm in Total War hier, in dem... Ah, die haben gar keine Verbündeten. Ihr Opfer seid tot. Ah, ich kann endlich eine genahter Kriegsmönche rekrutieren. Finde ich sehr gut. Kann ich schon. Lange. Ja, ich kann's seit jetzt. Übrigens, nee, ich kann's noch nicht. Aber ab nächster Runde. Aber ich kann dafür schon Bogenkriegsmönche rekrutieren. Bisch ist cool, hm? Ja, lass mal das Thema einfach so. Ich hab auch meinen Stubber auf 19 Minuten gestellt, das passt. Was, 90? Hey, ich kann auch Bogenkriegsmönche. 19, ja klar, ich mach jetzt nur 90 Minuten Part. Ja, ah. Die Zuschauer würden sich freuen. Naja, ähm, ich hab da Bogenkriegsmönche, die kann ich übrigens auch schon bauen. Oh. Okay, die kann man schon vorher bauen. Ja, aber die brauchen immer zwei Runden, find ich bisschen blöd. Warte, dann rekrutiere ich mal einen davon und einen davon, nee, die sind so schweineteuer, ich kann nur einen rekrutieren. Kann ich beenden? Ja, natürlich, Annick. Ja, weil nicht, dass du noch irgendwas Wichtiges zum Bausch oder so. Nein, nein. Danke, dass du so rücksichtsvoll bescheut. Bitte, bitte. Bin ich gar nicht gewohnt von dir. Ja, ja, danke. Du brauchst ja gerade echt dafür, dass man ein ganz falsches Bild von mir bekommt. Nein, das ist nicht falsch, das ist absolut richtig. Nein, bei diesem Ort. Ich meine, wenn ihr Yannick privat kennen würdet, das ist wirklich eine Katastrophe, das ist, boah, schlimm. Ja, richtig. Finde ich auch, der ist ganz schlimm, der Yannick. Ja, ja. Dass man von dem so alles hört, das ist echt schlimm. Ja, da drüben ist eine geschlagene Armee, mit der ich gerade zufälligerweise im Krieg bin. Und ich würde mal sagen, wir schicken einen General darüber, wobei die haben auch einen General. Nee, das ist ein Briten und Samurai, aber kein General. Machen wir so. Und dann fangen wir den damit ab. Das ist auch sozusagen ein Gegner. Und der Gegner... Okay, aus irgendeinem Grund ist meine zweite Armee gerade eben... Warte, ich muss mich nochmal zurückziehen, weil sonst... Hier stehe ich im Radius drin, wie denn auch? Ah, so. Jetzt ist leh. Ja, sag das schwer ab. Oh nein. Ah, 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 jetzt erobern sie gleich Avachi weg. Oder wie auch immer. Wenn du das tut, dann werde ich wütend. So, jetzt aber. Ah, super, jetzt habe ich noch eine Einheit Verstärkung. Okay, das lassen wir auch. Okay, der erobert mir jetzt echt gleich Avachi weg. Oh, Alter, du bist doch Napfer. Die ganze Zeit bei dir ist da drüben immer. Läuft so. Ja. Dann machen wir das in die nächste Runde. Ich habe immer Pech. Das ist ganz schlimm bei mir. Ja, aber in einem Russlandspiel läuft es ja ganz gut. Ja, komm, machen wir ein bisschen Werbung für meine Napoleon Total War. Let's Play, ihr müsst euch unbedingt meine Napoleon Total War Let's Play angucken. Da fällt ich nicht ganz so hart. Ich meine, die Spanien sind bei mir in Russland gelandet, aber ich habe sie immerhin aufgehalten, also... Kann man sich nicht beschweren. Ich blündere jetzt erstmal einen Tempel. Ist das nicht irgendwie niveaulos? Ach, scheiß drauf. Wer braucht sowas? Janek, wenn wir schon beim Thema niveaulos wären. Also, ich meine, es ist ja verständlich, wenn sich Menschen mit Computern nicht so auskennen. Aber wenn ich mal Schritt für Schritt erklären muss, wie man ein Programm deinstalliert, dann hört es bei mir auf. Also, das war heute schon grenzwertig. Ja, ja. Ey, wenn der mir Hawaii weggeobert, dann kriege ich's kotzer. Mein USB-Stick ist halt gerade nicht da, sonst wollte ich's dann wieder gegen die Wand werfen. Den habe ich übrigens mit einem Livestream hinter meiner Wand hervorgeholt. Hat sich bestimmt ziemlich lustig angehört. Naja. Da hinten herrscht so eine schöne Akustik, weiß ich, hinter meinem Schreibtisch. Wo so Ghetto-Mucke läuft da auch, ne? Ne, ne, aber da ist es halt so eng und dann hört sich das halt ein bisschen an wie in so einem Bunker. Ja, ja, na, wären wir wieder beim Thema. Okay, jetzt, äh, jetzt gehen wir, jetzt gehen wir zum, äh, jetzt gehen wir zum Spiel zurück. Und ja, ich werde nächste Runde, die meine Gegner hier angreifen. Und die Krono wollen wieder Frieden mit mir haben. Die Krono können mich schon irgendwo. Äh, ja, und, äh, die braucht man nicht spielen, die Schlacht. Okay. Eindeutig, nein. Egal, die Stadt hole ich mir nächste Runde wieder. Sie haben immerhin 71 Mann getötet. Ich wärm dir, wenn wir die Schlacht geschlagen hätten, hätten wir noch ein paar mehr getötet. Bestimmt 200. Ja, ja, schon, aber... Ich hätt, ich find so dumm, ich hätt die Armeen ja auch zusammenführen können und angreifen können. Ja, wow, Mist, äh. Okay, aber, äh, weißt du was lustig? Ist dann einer Gegner da, okay? Dieser Kono-Typi hat jetzt da den anderen Gegner von dir ausgelöscht, gell? Echt? Nur so zur Information. Ah, gut. Das find ich jetzt, äh, was ich nicht sehr... Weißt du, was du auch machen könntest? Du könntest auch erstmal ABA erobern, die provizisch einfacher zu erobern. Aber naja, ecker. So, und die schick ich jetzt extra ein bisschen hinten rum. So. Ja, die könnte ich theoretisch erobern, da hast du vollkommen recht. Ich tue es auch nicht. Musch angreifend, letzt, gell? Achso, wegen Winter, gell? Winter, ja. Ja, nee, ich hasse so Belagerungsschlachten. Wobei, komm, greif mal an. Egal. Große Armee steuern, das passt. Belagerungsangriff, nehmen wir auch mal einen Belagerungsangriff. Hat man, glaub ich, noch nie, oder? Normalerweise lass ich immer aushungern. Äh, du kriegst ja einen zweiten General. Weiß aber nicht. Also, die ganze zweite Armee, oder wie? Genau. Ah, okay, das ist cool. Ja, das kriegst du mal mal, wenn man zwei Armeen hat. Ja, die zweite müsste relativ schnell kommen. Ich guck, dass ich den Gegner mal erst auf den Scharmützel, also dass der Gegner sich auf den Scharmützel einlässt, bis du dann mal da bist. Natürlich würden wir uns auch mal freuen, wenn es den ein oder anderen Kommentar noch geben würde. Noch mehr, wie auch immer. Auch um irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder so, würden wir uns natürlich auch freuen. Ja, äh, ja, freuen. Freuen. Äh, ja. Wie wär's denn mit deinen Sprachfehlern, an deinen Sprachfehlern arbeitest du? Ja, das hab ich ganz oft, das ist mir jetzt, äh, in dem neuen Projekt von mir, das Heiko ja jetzt erwähnt hab, in seinem Infovideo. Ich mir das auch ein paar Mal passiert, aber ich hab versucht, was Lustiges draus zu machen, halbwegs lustig zumindest. Ah, ja. Ja. Zählt mir hier mal wieder Janiks grandiose Ladezeiten. Ja, oder zum Beispiel, zum Beispiel an einer Stelle wollte ich eigentlich Boote sagen, und dann hab ich Brote gesagt. Habe ich gesagt, genau, wir schwimmen jetzt mit uns und Broten darüber. Ja, ja, gut, egal. Ja, der war sehr flach. Ja, ich weiß, aber immerhin. Ja, immerhin, hast du Spaß versucht, draus zu machen, ne? Ja, richtig. Vielleicht war ich ja wieder so schlecht, dass die Leute, wo ich meine Tasche tue? Ich hab meine Tasche tue reingeschoben und hab gerade eben verzweifelt meine Tasche tue gesucht. Das ist ungefähr genauso, wie wenn ich im Matheunterricht sitze, wenn ich meinen Taschenrechner wieder nicht finde und dann ganz panisch werde. Da ist das geistisch, wenn man das Handy in der Hand hat und das Handy sucht. Ja, okay. Ja, das passiert mir relativ häufig, was irgendwie traurig ist, aber naja. Also meine Armee spawnt irgendwo da hinten, bei dem blauen Pfeil. Mhm. Euphorist. Achso, du kannst ja jetzt noch gar nichts tun filmen, kann ich auch. Nee, kann ich nicht, ne. Ähm, mal sehen, dann schicken wir einen Agenata-Begleiter hierhin, einen Agenata-Begleiter dahin, zwei davon darüber und, nee, warte, zwei davon hierher und... ...einen davon darüber. So, dann schicken wir den guten General hierhin und den schlechten General davor. Und dann hab ich zwei Armeen. Und, äh, ich andenke, wie wär's, wenn du einfach bis deine zweite Armee da ist, einfach mal die Armee hier übernimmst. Nicht gut, weil dann haben wir auch wieder dieses eine Problem von wegen, äh, dass deine Einheiten irgendwie so buggy sind und meine auch... Dann bin, bin, steuer... Mach ich einfach Steuerung 4 und dann passt das. Ja, gut, okay, ja, und... Komm, nimm die hier so lang, bis, ähm, deine Einheiten da sind und dann schenkst du mir wieder. Ja, okay, ja. Ja, und meine nenne ich dann Steuerung, mach ich dann schon Steuerung 1, 2 und so, okay? Äh... Rumpale Angriff, oder? Die Gegner haben natürlich, äh, jetzt... Ne, ne, wir halten die noch ein bisschen im Scharmütze. Da ist so aus, als ob wir mehr Bogenschützen hätten und dazu bekommen wir ja später Unterstützung. Und wenn die Unterstützung ankommt, wenn der Krieg vorbei ist, blöd. Deswegen behalten wir die Feinde mal ein bisschen. Ah, da unten kommt schon die ganze Armee. Äh, ich teile dir die immer sofort zu, sobald ich sie auswählen kann. Oh, thanks. Man stützt zwar die Hauptarbeit, aber, naja, egal. Ähm, was... Ja, hier, die zwei kann ich da auch wieder schicken. Und, ja, wie natürlich Heiko, ich glaub, du hast das doch erwähnt in deinem, einem Video da, in deinem, äh, für den, äh, welchen Monat haben wir nächstes Mal? Juni. Juni, richtig, ja. Ja, okay, wenn ich aus dem Fenstück gucke, sieht's nicht so aus, aber, ja. Ja, nee, richtig, ja, aber es sieht eher so nach November aus oder so, keine Ahnung. Oder Oktober. Ja, also auf jeden Fall, ich würde ja, also, ich würde auch mal gerne mit euch ne Runde mal was spielen. Äh, hat ja Heiko da auch gesagt, glaub ich. Richtig, stimmt das? Ja, ich hab gesagt, dass ich Herausforderungen annehm. Ja, das Problem ist halt, äh, das Problem ist halt immer, ich hab relativ viel so zu tun und, äh, ja, ich bin mal froh, wenn ich auch mal sowas aufnehmen kann, ohne dass mich wieder 90 Leute nerven, so ungefähr. Äh, das ist nicht halt immer das Problem. Aber man kann, aber man kann, ja, ja, hey, was mach ich denn? Achso, stimmt, ich hab's jetzt vergessen. Äh, ja, gut, das Rennen ist nicht so klug. Ja, schon, aber, ähm, ist halt blöd, wenn nicht so, weil, wenn, äh, dann ist Krieg vorbei. Brauchen wir sie nicht mehr. Ja, naja, schon, klar. Ja, klar. So, jetzt brauchen wir hier mal ein paar Feuerpfeile. Ja, auf jeden Fall ist bei mir halt eben das Problem immer, mit ich viel zu tun habe, mit, äh, von meinem, äh, North and South Regiment in Mountain Plale. Äh, und da schreibt mich die Leute die ganze Zeit an und spammen mich zu, das ist immer relativ nervig, was das an hier. Hat die gar nicht mal geschrieben? Ne, warum? Ach, hat sie grad so angehört? Ne, ne, weil, wegen dieser, wegen diesem Herausforderungsgedöns da, äh, ja, ja, ich weiß schon, aber, ja, egal, ne, weil du auf einmal so gestockt hast, Achtung, du wurscht angegriffen, gell? Ja, ich hab halt gedacht, dass sich jemand angeschrieben hat. Ne, ne, ne. Achso, deswegen, okay. Ich hab meine, äh, Bohnenkriegermönche, die haben eine gesteigerte Reichweite, das find ich sehr gut. Also, die können gesteigerte Reichweite einstellen. Dann versuch ich mal da hinten, dein, die Naginata-Herrbahn auszulöschen, und dann kannst du mit deinem General, wobei, mir sind zu viele Naginata-Herrbahn, lass' mir mal lieber. Ja, also, wenn meine Armee da, meine, die Verstärkung oben ist, okay, muss ich kurz, ein paar Minuten mal kurz warten, okay, und dann kann ich weiter angreifen. Ein paar Minuten? Weil momentan, ja, in der Zeit hab ich nicht. Nein, Leute, was macht ihr eigentlich? Ich halt mich grad relativ noch gut. Ja, ich greif hier mal grad eine Einheit-Bogenschützen an, zwei Einheiten-Bogenschützen, weil ich bin dann noch mein General mit. So, ich rück auch langsam aber sicher vor und versuch so viel wie möglich mit Bogenschützen zu töten. Ja, ich hab hier grad ziemlich viele Bogenschützengegner stehen, kann ich gut meine Armee, äh mit meinen Leibwächtern und meinen 1,5 Sperrträger da killen. Oh, da kommt jetzt noch eine 1,5 Sperrträger dazu. Oh, zieh mal den General raus, bitte. Jaja, gleich, gleich. So, die Armee hab ich zum größten Teil dezimiert, die fliehen und die Bogenschützen fliehen auch gleich. Gut, der General lebt noch, Janik, bin so stolz auf dich. Naja, darin bin ich irgendwie voll gut, den General immer dann rauszuziehen, wenn's noch gerade klappt. Da hast du mir doch mal was erzählt, da hast du irgendwie 3 Generäle in einer Schlacht verloren. Ja, okay, gut, das war Fail. Ach, das halte ich dir noch dein Leben lang vor. Ah, gut, ich mein, das kann ja mal vorkommen, aber normalerweise hab ich das immer ziemlich gut. Außer mein General ist so dumm und meint immer, er müsste bis zum Schluss drinnen stehen, die Dumme sind auch noch nicht. Ja, aber die Einheiten rennen wir gleich weg. Ja. Die Generäle, weißt du, oder die Cavalry, die fliegt nie. So. Jetzt kann ich dem Gegner in seinen Haufen da reinfeuern. Leider hab ich keine Brandpfeile mehr, brauchen noch 3 Minuten. Oh, da hinten kommt ne Armee, beziehungsweise da vorne. Sollte ich heute nicht denn auslöschen. Ich brauch so langsam auch nicht hier meine, ne kleine Unterstützung hier, weil meine Truppen schaffen's dann doch nicht ganz so gut wie erwartet. Ja, kein Problem, du kriegst ja gleich deine Unterstützung und ich bin hier gleich durch. Was los? Hat's die Schlacht pausiert? Ja, ich bin grad eben im Ding rein, hab grad jemand zurückgeschrieben. Dann hat's aus irgendeinem Grund die Schlacht pausiert. So. So. Okay, die Bogenherrbahn da fliehen, das find ich sehr gut. Haben die Bogenkrieger, möcht ich eigentlich einen guten Nahkampfangriff, Nahkampfangriff 5? Doch, die haben einen besseren Nahkampfangriff als meinen Naginataherrbahn. Echt? Also, ja, okay, gut, das ist schon, aber das ist auch nicht schwierig. Aber sie haben einen schlechteren, also zum Beispiel im normalen Spiel so, da haben sie einen schlechteren als, äh, Beispiel hier, wie heißt's noch gleich? Als normale, äh, als, als Samurai-Bogenschützen, meine ich. Okay. Samurai-Bogenschützen sind besser, aber. Oh, ich will grad zwei generäle. So. Ja, ich, äh, schieß grad, versuch, äh, versuch, du dich mal, ich pingste dir mal, äh, dich hier zu positionieren. Dann können wir den Feind von drei Seiten beschießen. Die Einheit flieht jetzt ganz, äh, ist auch nicht schlecht. Der Nebel, der verschlechtert irgendwie die Qualität ungemein. Also, von den Einheiten, die sind da kaum mehr sichtbar irgendwie. Soll ich beabsichtigen, weiß ich? Ja, irgendwie schon, aber das ist ja blöd fürs Video. Ey, so ein General, der fliegt gleich, kann das sein? Ein General schießt auf meine Bogenschützen, sehr intelligent. So, dann rück ich noch mal ein Stück vor. Ja. Ja, ist grade auch gestorben, glaub ich. Ja, bin sicher. Achtung, deine... Ich schick dir mal meine Nahkämpfer. Sicherheitshaber, weil ich glaub, du kriegst hier drüben gleich von den Nahkämpfern aufs Maul. So, dann stell ich die einfach mal hier auf. Und der Feind flieht. Puh, interessant. Okay. Das ist interessant. Auf einen Schlag. Alle fliehen. Okay. Vor allem, die fliehen bei Verteidigungsschlachten sowieso so fehl. Wie wollen die denn da fliehen? Das können sie doch sowieso nicht. Schon. Alle 1600 sind gestorben. Das ist nicht schlecht. In Rome und Medieval finde ich es ja noch lustig. Also, da rennen sie ja dann zu dieser Piazza da zurück in den Mittelpunkt da, gell? Ja. Und sammeln sich ja wieder. Das finde ich ja noch einigermaßen okay. Aber warum hier fliehen? Das gibt irgendwie keinen Sinn. Ja, vor allem wollte ich gerade eben noch schön niedermetzen. Aber naja, egal. Hier gibt es auch noch mal ein paar auf Lust. Wenige, weil ich gerade eben habe, hat man sie so richtig schön umzingelt. Ich sehe noch, ob mich eine Rouge schlägt heute. Dann wird die Gegner auch so richtig. Und dann sind sie kapituliert. Ja? Sagen wir einfach, sie haben... Wir haben sie nicht... Also sie sind nicht geflohen, sondern sie haben sich ergeben. Haben sich, sie haben sich ergeben. Von ihrer ausweglosten Situation. Genau. Gut, also ähm... Du ahnst nicht, wie viele Runden ich brauche, um nach Ava zurückzukehren. Wie viel? Ich zähle mal eins, zwei, drei Runden. Und das ist ja soweit. Mein Gott. Ja, habe ich mir auch gedacht. So, gibt es gerade irgendjemanden, mit dem ich Krieg habe, der vielleicht nur Frieden will. Frieden anbieten. Können eine Einigung erreichen. Frieden mit euch? Nö, wollen sie nicht. Schade. Betreiben bereits Handel. Betreiben bereits Handel. Okay, schade. Hier können Handel betreiben. Inakzeptabel. Inakzeptabel. Ja, dann lassen wir's. Ähm. Hm. Inakzeptabel. Ja. Egal. Dann lass es. Scheiß drauf. Braucht man nicht. Ähm. Ich bin mit Leuten im Krieg. Ich meine, die werde ich wahrscheinlich in den nächsten 50 Runden nicht begegnen. Also... Naja. Ja. Also die Kaidische teilweise sind recht un... äh... aktiv. Nein. Was? Was? Ich hab ne Rebellion. Oh, Janik. Weil ich hab ja diesen Tempel da geplündert. Jetzt hatte ich ne Rebellion. Problem an der ganzen Geschichte ist... Fünf Einheiten. Ja, ich mach... Ich muss jetzt meine Armee splitten. Ich hab da jetzt grad keinen Bock drauf. Splitten. Ja, splitten. Splitten. Wie auch immer. Splitten. Splitten. Äh... Fail. Okay, ich hab aus irgendeinem Grund erfolgreich gespeichert. Ich speichere sicher das aber nochmal. Janik, äh, was ist los? Keine Ahnung warum. Äh, ich muss grad mal hier angreifen. Okay, gut. Ich hab gedacht, du bist aus dem Spiegel floht. Ne, ne. Gut. Gut. Sehr gut. Ähm. So, die schlagen im Auto aus. Ich muss mal gucken, wie es eigentlich meiner Flotte geht. Gut, ich besetzen. Da drüben muss mal... Das muss ich mal manipulieren. Hier muss ich irgendwie versuchen, diese Rebellenarmee auszulöschen. Das wird ne lustige Schlacht hier. Oh fuck, ich hab viel zu viele Bogenschützen in der Armee hier. Kann eh zu viel Bogenschützen haben. Ne, aber ich hab drei Einheiten Bogenschützen und eine Einheiten Infanterie. Okay, das ist... Fail. Andersrum wäre effektiver. Ja, eben. Ja. Ich muss eben gucken, so lange wie möglich im Rückzug zu bleiben. Einfach irgendwie... So viel schießen wie möglich. Okay, Yannick. Ähm. Benchst du noch dein Zug? Wollte ich sagen, mach ich jetzt noch meinen Zug und dann bennt mir den Part auch. Dann geht der wahrscheinlich so 20 Minuten. Und ich finde diesen Vogel hier einfach zu interessant. Das ist einfach... Toll. Das ist schon irgendwie komisch, wenn man die ganze Zeit so eine Vogel zuguckt. Also ich mein... Das ist schon ungefähr so, wie wenn man in Mountain Plain so... Drei feindliche Linien stehen vor einem. Guys! Kill the bird in the air. Sag mir bitte nicht, du hast das jemals getan. Ne, hab ich nicht, aber ein anderes Regiment hast du es mal getan. Oh, Yannick, du hast angegriffen und ich glaub du verlierst. Ne, nicht unbedingt. Äh... Ja. Kann ich ja... Speichern, oder? Kann ja... Ja komm, speichern wir ab. Kann ich aus irgendeinem Grund grad nicht. Dann kann ich's vielleicht. Schnell speichern, geht das? Ja, das würde gehen, aber das... Ah, wir müssen die Schlacht so spielen, das braucht nicht lange, denke ich. Okay. Du kannst ja jetzt kurz... Oder wir machen einfach jetzt einen Cut und machen dann gleich noch einen neuen Part. Stimmt, das geht. Ja. Okay, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Yannick, hast du irgendwas zu sagen? Ja, ich hoff's auch. Und schreibt rein, wie es euch gefallen hat. Würde uns echt freuen. Genau. Tschau Leute. Ich weiß auch mal wieder nachher, wie es aber gut gehört. Das macht es dann... Ich weiß auch mal wieder mit der Rude. Und das macht es jetzt gar nicht besser.